Hallo Mr. Zombie. Tschüss Mr. Zombie. Es geht los. Es geht los. Hi. Hallo. Wir haben doch keine Zeit. Genau, stimmt. Wir müssen uns beeilen. Ihr wisst es. Wir haben nur zwei Stunden insgesamt für diese lustige, warte auf, fuck, blockige Kampagne. Ich hasse diese Waldstücke. Oh, alter. Du Penner. So. Na, was? Ich liege? Jung. Das ist doch nicht normal. Ich bin grau. Ich hatte von Anfang an kein Life. Ich hatte am Anfang schon kein Life. Äh. Dann heile ich dich gleich. Okay, dann. Ich hab schon. Achso. Okay, dann lass mal einfach hier weiter, ja? Herzschuss. Je länger wir bleiben, desto mehr ja, komm dann. Bäh, komm mal hier her. Dieser riesige Haufen verrotteter Kühe. Hup, Entschuldigung, nur. Ja. Schnurren die noch? Nee, lass uns die fliegen. Nee. Hä, sie sind da unten. Äh, was? Wieso bin ich? Komm, steh mal wieder auf. Hunter, auf mir. Was? Wo? 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 Er lebt noch, er ist in dem Büsch. Oh, er ist schon wieder auf mir. Er hat dich halt zum Pressen gern. Ja. Ist der Hunter tot? Ja. Wir sollten unbedingt einfach hier weiter. Scheiße, hier ist irgendwo eine Bitch. Charter, Charter. Huch. Alter. Da unten ist die Bitch. Da unten ist die Bitch. Alter, wieso sterbe ich immer, wenn ich darüber hüpfen will? Hier unten genau ist die Bitch. Linke Seite. Danke, Louis. Warte mal, ich muss mir eben gerade... Lennung, bitte. Obwohl, soll ich die anhauen? Obwohl, nee, damit ich komplett tot. Lass mal. Nein, wir gehen rechts einfach an ihr vorbei. Ja. Wir müssen da doch nicht durch, oder? Meine nicht. Sie ist ein bisschen sauer schon. Lass mal weitergehen, einfach. Ja, ja. Ja. Ja, so klingen die Frauen, wenn sie sauer sind. Komisch. Ich wollte noch... Der Schobi-Spruch für den Tag. Der musste doch raus. Komm schon. Was bei dir alles raus muss. Und die Sorge bitte nicht aufs Auto. Das willst du alles gar nicht wissen. Splitter. Splitter, splitter, splitter. Nicht aufs Auto schießen. Hunter. Oh, ich hab mich glatt. Charger. Oh. Lass uns mal weg von dem Auto. Ach ja. Wir verbringen immer viel zu viel Zeit in den Häusern, oder? Wir verbringen sowieso viel zu viel Zeit. Wir müssen weniger Zeit verbringen. Effizienter arbeiten. Und, äh... Effizienter. Ja. Und effizienter... Hier. Ich heile mich. Hab jetzt keine Lust mehr. Ich heile mich. Dup, 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 dup. Ich muss meine Weste reinigen. Und das macht man am besten mit einem Medikid. So, wo müssen wir lang? Hier liegt noch eine Pipebomb. Wo? Wo? Eigentlich hab ich Molly. Einen hast du keine, deshalb. Ich mag Molly lieber. Gut, dann weiter. Ja, aber wieder hier aus der Tür raus. Und dann links runter. Und dann links. Sonst nimmt ihr falsch an. Ja, wir hängen immer zu lange an irgendwelchen Stellen fest. Und kommen dann nicht weiter. Und dann kommen halt die Zombies. Wir sind doch schon da. Wir sind doch schon da. Das ist die Roma. Warte, warte. Die war, ähm, Zombielania. Wir müssen in das Haus rein, ne? Ja. Wo geht's ins Haus rein? Da. Hier. Durch den blutigen Keller. Nein! Könntest du bitte mal weniger tot sein? Luis ist echt geil mit Aufheben. Der hebt alle auf irgendwie. Ich mag Luis. Reigen da und schür zu. So, und hier fängt jetzt das Endlos-Event an. Ja, wo geht's lang? Ähm, erstmal hoch. Zoe, folg uns. Bitte. Ich bin auch bei euch. Gut. Willst du eigentlich vor mir? Was zu essen? Das Medikid nämlich... Ja. Ach so, ihr kocht doch mal was Leckeres für uns. Kannst du knicken. Schade. Kannst du nicht kochen? Doch. Ich würde auch was ohne Fleisch essen. Oh. Ich bin aus Versehen fast durchs Fenster. Hä? Wie seid ihr da? Los, los, los. Nein, ich bin angekotzt. Ja! Okay, treib. Ah, wer hat den Molly dahin geworfen? Ähm. Was? Wer hat den Molly hin? Geworfen. Ähm. Du bist so... Du bist so ein Affe manchmal. Ah! Ich wurde weggekickt. Von wem wurde ich weggekickt? Von mir nicht. Ich wurde im Flug weggekickt. Und jetzt guck ich von ganz unten hoch. Wo bist du denn? Tot. Ich wurde über die Brüste umgeschubst. Als ich runter von dem Dach runterhüpfen wollte, wurde ich weggekickt von irgendwas. Das ist so. Könnt ihr euch mal ein bisschen beeilen? Ja. Ich bin tot. Ja, ich bin unterwegs. Ah, lass mich reichen. Bin drin. Wir waren letztes Mal schon so knapp davor. Aber wir haben eine neue Folge gemacht, ne? Äh, ja. Ja, haben wir. Und mit dieser waren wir jetzt ganz schnell durch. Ja, und ich bin schon wieder... Ich sterbe in letzter Zeit zu häufig. So ne paar Minuten Folge. Naja, so kurz war sie nicht. Zehn Minuten war die mindeste. Echt? Kam mir viel kürzer vor. Wir sind halt so gut. Ach so. Ja, daran liegt das. Dann können wir uns ja in aller Ruhe mal kurz den Safe... Also nicht in aller Ruhe, aber dann können wir uns einmal den Safe-Rum angucken. Ja, okay. In einem ähnlichen Safe-Rum hast du neulich... Wieso habe ich ne Pistole plötzlich? Und mein Echtverschläger ist weg. Weil ich auch sterben bist. Ähm, please wait. Wir try to find... Help. Will come back. Honk. Ripp James. We love you. Forward. Push north. Ähm. Trovus. Kids are fine. I love you. Ähm. Ist diesmal gar nicht so lustiges drin hier. Immer so traurige, deprimierende Sachen. Bei der Zombie-Apokalypse muss man auch lachen können. Haha. Haha. Zombies. Hahaha. Haha. Zombies. Hahaha. Hahaha. Okay. Äh. Wir sagen tschüss. Tschüss. Also, danke fürs Zusehen.